Hi Leute, wie ihr mitbekommen habt, werde ich den Verein verlassen und wollte mich auf diesem Wege nochmal bei euch bedanken. Es waren 15 geile Jahre, davon knapp sieben Jahre hier oben als Profi und jeder von euch weiß, dass es kein leichter Schritt war für mich. Aber ich wollte mich bei euch einfach bedanken und stolz darauf, Teil des Vereins gewesen zu sein und auch stolz darauf, für euch spielen zu dürfen. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich noch öfter sehen, wird öfter vorbeischauen und ich wünsche dem Verein und euch viel Erfolg. Bis dann, Eiser.